Und jetzt müssen wir nach Schöpfers Ende, ne? Kann ich da hinreisen eigentlich? Bis zu dem Feuer und dann hier rüber, oder? Ja, doch, bis zu dem Feuer, dann hier rüber und... Nein, 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 guck mal. Da ist ein Banditenlager. Ja, zwischen dem Banditenlager und dem Dings ist nichts. Hier ist auch noch eine Stadt, ne? Könnte ich natürlich auch sagen, komm, ich springe jetzt hier hin. Und wandere zu dem Lager und guck mal, was hier so abgeht, ne? Wobei, ich glaube, nichts Gutes. Hier ist eine Arena. Auf jeden Fall ist hier noch ein Panorama. Und eine Blume. Allerdings, Moment mal. Wie sieht's denn überhaupt mit dem Gebiet aus? So. Das ist noch zu machen, okay. Das ist noch zu finden, gut. Ich könnte eben hier eine Schnellreise machen. Um die Metallblume zu bekommen, dann hätte ich das auch. Oder ich mach das nachher erst, dass ich erst den Blumentraum brauche. Ist der echt? Ach, das ist noch eine Wolke. Wie süß. Die Wolke kommt und geht. Das ist ja cool gemacht worden. Gut. Ich könnte natürlich jetzt sagen, komm, ich versuche mal die verdorbene Ecke hier zu machen. Ne? Und, ähm, da die Metallblume da mir zu schnappen, dann hätten wir das hier nämlich in dem Bereich auch gemacht. Ja, hier haben wir auch noch so viel. Oh, ne, doch nicht. War ich hier schon? Guck mal, hier war ich auch noch nicht. Das wäre hier die Metallblume. Also hier dahin, da die Metallblume. Hier wäre nochmal ein Feuer. Und dann da noch ein Dorf. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich frage mich ja die ganze Zeit. Das hier. Dass ich da oben keinen Zugang bekomme. Das finde ich so komisch. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal da hin. Ah, Moment, erstmal. Outfits. Nein, das ist auch nicht. Eisjäger. Ähm. Kann ich das hier Modifikation leeren? Aha. Ich mach das mal. Das soll mich ja eigentlich mehr nach... Mehr Eis, ne? Eisschutz. Ich kann trotzdem entfernen. Aber hier Feuerschutz und Schockschutz. Das ist zwar nicht schlecht, ne? So. Nee, das ist wirklich nur... Was ist mit der? Seide. Dieses Gewand aus feiner Meruenseite. Leder und Maschinen bietet dir wenig Schutz. Ist aber sehr anpassbar. Nur super. Ist da was besseres? Nur mehr Feuerschutz. Na, super. Ja. Was ist aber das jetzt so? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein bisschen mehr. Ja, 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 ja. Jetzt muss ich mich orientieren. Moment. Ich gucke nach da und ich muss nach links. Da. Am Panzer vorbei, genau. Ich will nur was ausprobieren. Ja, wir hatten schon das für den Weg. Ich kenne dich doch. Ich will wissen, ich habe ja jetzt eine neue Waffe, ob ich damit mich freinsprengen kann. Wenn nicht, weiß ich auch nicht, wie ich da reinkommen soll. Ich will auf jeden Fall auch noch diese Super-Mega-Rüstung bekommen und ich glaube, ich... So. Das hier. Massives Eis. Da komme ich nicht durch. Inventar. Waffen. Nein. Herstellen. Waffen. Könnte ich hier... Guck mal, 43 mehr Schaden. Ich will mal was anderes ausrollen. Wo bist du? Da bist du. 41 Abriss. Ne? Handhabung ist auch okay. Habe ich einen höheren Abriss? Nein, ich habe nur einen 43er Schaden. Macht aber 27 mehr Feuerhandhabung. Das ist der... Standardbogen? Genau. Muss man Scharfschützen bogen? Das ist mein Scharfschutzbogen. Okay. Der hat 40. Der hat 40. Und der hat 43. Das ist die Handhabung mit 46. Habe ich da irgendwas? Ne. Nein, ich habe keine Handhabung. Ich habe nur noch mal eine 42er. Handhabung ist dann weniger. Das möchte ich natürlich nicht. So. Das bist du. 41er Abriss. Feuerspule. Und das ist nochmal eine Handhabung von 51. Da könnte ich jetzt natürlich noch einen 42er, ähm... 41, 37 bauen. So. Jetzt. Du kriegst den 40er auf jeden Fall. Boah, Alter. Den 28er. Heftig. Und geil. Der hat nur... Ja, mehr Schaden ist immer gut. Ne. Handhabung ist zwar schön und gut, aber Schaden... Es ist einfach besser. Und den... Der ist zwar jetzt zerstört, ich weiß, aber egal. Was ist mit dir? 40er. Und du hast einen 40er Eis. Und 40er... Ich glaube, da habe ich nichts Besseres. Nein. Nein. Da habe ich nichts Besseres. Okay, gut. Da ist eigentlich nur eine Handhabung am besten für. Ach, guck dir das mal an. Ich habe ja den Seilwerfer noch. Nochmal einen 41er Abriss. Was meinst du? Eine Handhabung wäre aber, glaube ich, besser, ne? Gut. So. Dich möchte ich jetzt aber gerne... Inventar, Waffen. Und zwar nach unten hin. Das ist eine Springbombe. Kann ja nicht wahr sein. Und ich finde hier auch nichts. Na gut, okay. Okay, dann ist das halt so. Leider, 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 leider. Da müsste ich hoch. Habe ich nicht noch gesagt, irgendwo ist noch eine Stadt, wo ich noch nicht war? Die da. Der Osteran, der unseren Sonnenkönig töten wollte, verrätert, der ganze Stamm, alle von ihnen. Joa, hier ist wieder mal Mistwetter, ne? Und hier gehe ich jetzt auch erstmal auf Outfits. Ne, du bist das hier, ne? So, und ich markiere mir das jetzt einfach mal. Erstmal markiere ich mir dich. Warum er den Sonnenkönig umbringen wollte? Äh, ne, da ist das Lagerfeuer, genau. Und ich muss auf die andere Seite rüber. Orientierung ist noch nicht so ganz so meins. So, und jetzt hier rüber. Sägezahn. Und nochmal einer. Kann ich mich hier verstecken? Die Sache endet hier. Keine gute Idee. Ja, das war keine gute Idee. Ja, ich glaub. Ich hab keine Idee. Oh, Kämst. Das war wirklich einer meiner dümmsten Angriffe, die ich je gemacht habe, glaube ich. Alter Falter. Ja, ich weiß schon was Ende. Gut, da oben wäre besser. Nicht ganz so gut, aber besser vor denen da. Ja, ich weiß schon was. Ach ja, wenn so einmal der Wurm drin ist, ne? Und ich... Okay, ja. Mach dir mal. Da ist sie doch. Du bist auch keine gewöhnliche Blume. So, Markierung weg. Jetzt möchte ich gerne... ...dahin. Allerdings komme ich nicht hier rüber, ne? Nein. Das da oben ist auch keine gute Idee, also... Weil in dieser Siedlung war ich noch gar nicht. Beim nächsten Mal taucht hier nur einer auf, zum Glück. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Auch, dass du beim ersten Mal wirklich so voll die Herausforderung hast. Oh, ne. Ich gehe lieber den offiziellen Weg. Und, ähm... Da den da, den kenne ich ja schon. Den habe ich auch schon ein paar Mal getöten müssen. Ich will jetzt nur so ein gewisses Stück hier lang laufen. Und der Vorteil an dieser Ecke ist ja... ...dass das Viech da gerade sehr tief runterkam. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch dieses Lagerfeuer hier nicht. Wo muss ich denn rüber? Ich muss genau... ...hier rüber. Ich schleiche mich jetzt. Da ist sie doch auch. Wahrscheinlich deswegen auch nie gemacht. Weil dieses Viech da oben immer war. Wie willst du gegen den antun? Ich schaffe mich. Ich sehe mich. Ich bin ein Kleine für ein paar Mal. Ich bin ein Kleine für ein Kleinen. Ich bin ein Kleinen. Ich bin ein Kleine für ein Kleinen. Ich bin ein Kleine für ein Kleine. Angegenzeigungen haben wir noch nie geklingelt. Das ist ein Kleine für ein Kleiner. Alter, ganz ehrlich. Das ist zu krass einfach. Aber ich habe doch mal so ein Teil platt gemacht. Oder ist es wirklich einfach jetzt so momentan so... Der Wurm drin und es will einfach nicht. Ja, will ich auch. Quests und Lagerfeuer. Ja, will ich auch. 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 Ja, will ich auch.